Hey, schön, dass du wieder dabei bist. Das ist Tramsim Wien, Szenario Weichenstörung und ich versuche jetzt endlich hier mal weiterzukommen. Da ich einen neuen PC habe, steht die Chance groß, dass es jetzt mal funktioniert. Schauen wir mal. Ich hoffe, ihr hört mich gut. Und dann schauen wir mal, dass das jetzt alles gut geht hier. So, da, da. Na, noch ein Stückchen, etc. Jawohl, dann hier einmal da. Dann nehmen wir hier auf. So, dann gucken wir doch einmal. Und einmal da hin. So, dann hoffen wir mal, dass das jetzt gut geht. Und, hat geklappt, jawohl, ja. Jetzt gließt es nicht raus, etc. Na, da wartet der Kollege schon, damit wir mal ein wenig zügiger machen. So, und einmal rein. Na, zack. Auch nicht, etc. Dann einmal hinhocken, einmal die Türen verschließen. Jawohl, dann einmal lösen und einmal los geht's. Und schauen wir mal. Da haben wir ja immer schon bei der O halten. Jawohl, wir dürfen bleiben weiter. So, blinken wir mal. Ja, das ist neu. Ach, da quetscht's. Na, da quetscht's. Oh, dann schauen wir mal, dann gucken wir mal, dann sehen wir schon. Na komm. Na ja, ist so gut hab ich da jetzt nicht gewusst, aber na ja, kommt vor. So, steig rein, dass wir weiterkommen. Oh, sind wir schon 2 Minuten drüber. Na komm, lass mich losfahren. Jawohl, jetzt hab ich geschlossen und komm, komm, komm. Nice, hab mich nicht aufgemacht. Burgring, umsteigend zu 57a. Eieiei, und schon wieder Wander. Ja, ich hab so das Gefühl, teilweise sind da schon noch Fehler drin. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur bei mir so ist. Schreibt es gern mal in die Kommentare. Würde mich interessieren, ob ihr auch Schwierigkeiten nach wie vor habt. Oder welche Einstellungen bei euch gut laufen. Tipps, Tricks bin ich gerne für zu haben. So, fahren wir ein wenig langsam. Machen wir mal schneller hier. So, fahren wir mal an. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ring, Volkstheater, umsteigend zu U3, 46, 49, 48 A. Oh, jetzt hat es kein. So, ein Aussteigen, zack, zack, zack. So, dann fahren wir mal weiter hier. Oh, da ist ein Kollege noch. Parlament, umsteigend zu U2, in Richtung Dornbach. Na, komm, vor. Sag jetzt nicht, der fährt nicht. Eigentlich hätte der jetzt... Na, komm, vor, weiter. Was ist denn da los? Jetzt hat er da fährt er. Jawoll. Schell einsteigen. Na, was macht ihr denn? Steigt halt ein. Ach so, die ist zu lahm. Oh, schaut ausgestiegen. So, dann schließen wir mal die Tieren. So, da spinnt es auch schon wieder. Sollte auch nicht mehr sein. So, einmal lösen, einmal vorn. Und Vorsicht. Na ja. Rathausplatz, Burgtheater. Na, komm. So, der war auch ein wenig, der ist doch gestanden da. Ah, nein. No. so noch mal auch nicht so fahren wir weiter Schottendrohr umsteigen zu U2 37 38 40 41 42 43 44 1a jetzt geht es weiter hier 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 Das war's für heute. Ja, weil ich würde sagen, das wird sonst zu lang, dann mache ich noch einen Teil, ich wünsche euch was, bis dahin, bye bye.